Grüße auf dem Kanal Max Geschichten. Abonnieren Sie den Kanal, um ihn zu unterstützen und jeden Tag interessante Geschichten zu hören. Ich habe es wirklich gehasst, mich alle paar Wochen im Country Club zu treffen. Sie schienen eine Million Ausreden zu haben, um irgendeine frivole Party zu veranstalten, damit ein Haufen reicher Leute zusammenkommen und ihr Ego ausleben konnte. Meine Frau Sandra liebte es, dort hinzugehen, und sie schien sich immer darauf zu freuen. Leider hat sie im letzten Jahr angefangen, zu viel zu trinken, und manchmal hat sie sich selbst oder mich blamiert. Sandra und ich waren 24 Jahre lang verheiratet. Wir haben drei Kinder, die alle auf dem College sind. Ich lernte meine Frau während meines MBA-Studiums kennen, und wir hatten von Anfang an eine gute Beziehung. Vor etwa zehn Jahren begann sich unsere Beziehung abzukühlen, und ich nahm an, das sei ganz natürlich. Ich hätte nichts gegen ein bisschen mehr Zuneigung und Sex. Aber ich wollte nicht darauf bestehen. Ich habe mich fast damit abgefunden, dass der Rest meines Lebens nicht mehr so romantisch sein wird. Ich hatte einen guten Job und verdiente gutes Geld. Eigentlich war es großartig. Drei Kinder durch das College zu bringen, nahm einen Großteil unseres Bouchies und unserer Ersparnisse in Anspruch, aber wir waren immer noch wohlhabend. Natürlich brauchte Sandra nicht zu arbeiten und wollte es auch gar nicht. Sie verbrachte ihre Zeit mit gemeinnütziger Arbeit und sozialen Aktivitäten. Mein Einkommen war notwendig, um dies zu unterstützen. Für ihr Alter sah sie immer noch gut aus. Ich glaube, das lag zum großen Teil an den zahlreichen Besuchen im Wellness- und Schönheitssalon. Ich war eher durchschnittlich, hatte ein wenig Übergewicht um den Bauch herum und ein wenig Grau an den Schläffen. Ich war gut gekleidet, weil ich einen Jog hatte und meine Frau gerne einkaufen ging. Ich war gut in meinem Job, aber nicht ganz glücklich. Ich war bereit, etwas Neues auszuprobieren, etwas, das mir Spaß machen würde und bei dem ich mir keine Gedanken über die Bezahlung machen müsste. Außerdem wollte ich an einen anderen Ort ziehen. Das Haus war zu groß für uns beide und ich mochte die Kosten und den Zeitaufwand für seine Instandhaltung nicht. Meine Frau wollte nicht einmal über solche lächerlichen Ideen diskutieren. Sie wollte ihr großes Haus, einen Country-Club und reiche Freunde. Bei einem dieser Treffen schlenderte ich durch den Club und beteiligte mich hier und da an Gesprächen über dumme Dinge. Der Abend neigte sich dem Ende zu und ich trank seit etwa einer Stunde langsam meinen letzten Drink. Sandra hingegen begann gerade erst, sich aufzuheizen. Sie schien etwas mehr zu trinken als sonst und das sah man auch. Acht oder zehn einheimische Witwen saßen zusammen und unterhielten sich. Als ich mich näherte, schien sich das Gespräch um Sex zu drehen. Das war für mich das Signal, mich umzudrehen und zu gehen. Als ich mich umdrehte, um den Raum zu verlassen, hörte ich meine Frau lauter als sonst sprechen. Verdammt, wenn Top Mitchell nicht gewesen wäre, hätte ich nie in meinem Leben guten Sex gehabt. Die Gruppe verstummte plötzlich. Einige Damen bemerkten, dass ich in der Nähe stand und wie durch das Ausbleiben des Lachens veranlasst, drehte sich Sandraum und sah mich. Der übermäßige Alkohol beeinträchtigte eindeutig ihr Urteilsvermögen. Robert, ich wusste nicht, dass du hier stehst. Das hättest du nicht hören sollen, Schatz. Es tut mir leid, es ist meine Schuld, fügte sie wie ein kleines Mädchen ein paar Mal kichernd und betrunken hinzu. Die Damen, die in der Nähe saßen, wussten nicht, wie sie reagieren sollten. Einige von ihnen gingen leise weg, während die anderen einfach nur da saßen, ohne zu sprechen. Sandra sah mich mit einem dümmlichen Grinsen an, als hätte sie gerade etwas Unanständiges getan. Ich stellte mein Glas auf einen Tisch in der Nähe und verließ langsam den Raum und den Club. Ich fuhr nicht nach Hause, sondern zum Flughafen und 30 Minuten später saß ich in einem Pendlerflug nach Reno. Reno gefiel mir viel besser als Las Vegas. Meine Beziehung zu Sandra ist jetzt viel klarer. Ich war in der Lage, Dinge zu verstehen, die mir bis dahin entgangen waren. Das Wochenende in Reno sollte noch ein paar Dinge klären. Ich schaltete mein Mobiltelefon aus. Es war nicht schwer für mich, ein Zimmer in einem der Casinos zu finden. Ich eröffnete ein Konto über 20.000 Dollar und eine gebührenfreie Nummer folgte bald darauf. Das Interessante an Casino-Konten ist, dass sie, da sie keine Banken sind, nicht den Bundesvorschriften unterliegen und nicht verpflichtet sind, der Regierung zu melden, wenn sie bei einem Slofter Keno einen hohen Betrag gewinnen. Der Gewinn sollte zwar gemeldet werden, aber alle Einzahlungen auf ihr Konto sind nicht zurückverfolgbar. Das Glücksspiel an sich hat mich nicht wirklich interessiert, aber das Banksystem hat mir gefallen. Als ich aufwachte, war es bereits Samstagmittag. Bei einem Hamburger und Pommes Frittes analysierte ich meine Situation. Mir gefiel es in Reno. Das Klima war aufgrund der Höhenlage angenehm und dank des Glücksspiels gab es in der Nähe viele andere vernünftige Dienstleistungen. Ich musste einen Spaziergang machen und versuchen, all den zerbrochenen Ehen Tribut zu zollen. Ich hatte nicht vor, mich in Reno scheiden zu lassen, aber vielleicht würde ich meinen Ehering auf den Grund des Flusses legen. Auf dem Rückweg zum Hotelcasino kam ich an einem Maklerbüro mit vielen Bildern im Schaufenster vorbei. Plötzlich schien eine Wohnung in Reno eine gute Idee zu sein. Nach einer Stunde im Büro und zwei Stunden Fahrt fand ich eine kleine möblierte Wohnung, die mir sehr gut gefiel. Das Problem war nur, dass ich sie nicht kaufen konnte, solange ich verheiratet war. Glücklicherweise konnte ich einen diskreten Mietkaufvertrag mit einer hohen Kaution abschließen. Die hohe Kaution war meine Idee und der Verkäufer hat sie akzeptiert. Eine der besten Entscheidungen, die ich zu Beginn unserer Ehe traf, war, die Familienfinanzen selbst zu verwalten und zu kontrollieren. Sandra hatte keine Begabung für Zahlen oder Bankgeschäfte. Sie war mehr als glücklich, mich die Rechnungen bezahlen zu lassen, solange sie das Geld ausgeben konnte. An diesem Abend gönnte ich mir ein wunderbares Sushi-Essen, bevor ich ins Bett ging. Ich zahlte weitere 10.000 Dollar von meiner Visa-Karte auf das Casino-Konto ein. Ich zahlte nicht gern eine Gebühr für das Abheben von Bargeld, aber in diesem Fall war es mir das wert. Am nächsten Morgen wachte ich früh auf und frühstückte im Casino-Restaurant. Die Eier, der Speck, der Kartoffelauflauf und der Toast waren genau das Richtige. Ich versuchte mir mit meiner zweiten Tasse Kaffee die Zeit zu vertreiben, als ich bemerkte, dass meine Kellnerin einen großen blauen Fleck hatte. Sie versuchte, ihn zu verbergen, indem sie ihr Haar nach vorne kämmte, aber es gelang ihr nicht. Sie war eine angenehm aussehende Frau von etwa 45 Jahren. Ich beobachtete, wie sie von Tisch zu Tisch eilte und versuchte, es allen recht zu machen. Ich hatte den Eindruck, dass dies neu für sie war, weil sie sich zu sehr anstrengte. Eine erfahrene Kellnerin wäre ein wenig ruhiger und selbstbewusster gewesen. Sie schien entschlossen zu sein, ihre Arbeit gut zu machen, und das bewunderte ich. Auf ihrem Namensschild steht Donner. Ist das ihr richtiger Name? Nein, ich heiße Dora, aber Donner war das nächstliegende Namensschild. Nun, Dora, ich nehme noch eine Tasse Kaffee und verspreche, ein großzügiges Trinkgeld zu geben, wenn sie mir von dem blauen Fleck erzählen. Und wenn ich ihnen nachschenke, sie ein kleines Trinkgeld geben und ihre Frage vergessen? Na gut, es war unhöflich von mir, mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Ich hatte bereits einen Schlüssel für die Wohnung, also beschloss ich, ein paar Dinge zu kaufen, um meine Wohnung einzurichten. Die erste Station war das Autohaus Silverspur die Straße hinunter. Ich entschied mich für eine Fokuslimousin, die schon mehr Kilometer auf dem Buckel hatte, als ich zugeben mochte. Für eine lange Reise würde er sich kaum eignen, aber für Fahrten durch die Stadt war er durchaus geeignet. Ich dachte mir, dass ich ihn mieten könnte, aber ich hatte vor, eine Zeit lang regelmäßig zurückzukehren. Für ein paar 100 Euro konnte ich alles kaufen, was ich für ein bequemes Leben brauchte, darunter auch mehrere Sätze Kleidung. Den Rest des Tages verbrachte ich damit in mehreren Casinos, Konten zu eröffnen. Ich stellte Schecks auf den Namen des Ortes aus, an dem ich mich aufhielt. Das Geld kam auf mein Konto und verschwand, ohne dass ich es nachweisen konnte. Am Ende des Tages hatte ich 60.000 Dollar bei vier verschiedenen Casinos eingezahlt. Ich kaufte mir einen kleinen Spiralblock, den ich in der Tasche tragen konnte und notierte darin den Betrag, das Datum und die Namen der Casinos. Es war eine chronologische Auflistung des Geldes, das ich am Wochenende beim Glücksspiel verloren hatte. Natürlich habe ich nicht eine einzige Wette abgeschlossen, aber wer will mich schon herausfordern? Jeder wusste, dass ich ein furchtbarer Pokerspieler war, also wären alle Verluste, die ich bei Roulette, Caps oder Blackjack hatte, glaubhaft gewesen. Ich hatte sechs Monate Zeit, um eine Anzahlung für eine Wohnung zu leisten. Das sollte kein Problem sein. Das Mittagessen hatte ich völlig vergessen und zum Abendessen war ich hungrig wie ein Wolf. Der einfachste Ort zum Wandern war dort, wo ich gefrühstückt hatte. Wie es der Zufall wollte, war Dora meine Kellnerin. Warum bist du noch hier? Sieht nach einem langen Tag aus. Ich muss Doppelschichten arbeiten, um über die Runden zu kommen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Miete hier so hoch sein würde. Was willst du trinken? Es ist besser, nicht zu neugierig zu sein. Ich bestellte mein Mittagessen und versuchte, mich für den Rest der Zeit zu benehmen. Als ich fertig war, brachte sie mir die Rechnung und hielt einen Moment inne. Entschuldigen Sie meine Ungeduld heute Morgen. Ich versuche, mich an das Leben hier zu gewöhnen, und das Auge ist mir ein wenig unangenehm. Es war ein Abschiedsgeschenk meines Mannes, als ich ihm sagte, dass ich hierher ziehe, um mich scheiden zu lassen. Das ist nicht das erste Mal, aber ich hoffe, es ist das letzte Mal. Danke übrigens für den großzügigen Tipp für das Frühstück. Das hat geholfen. Sie lächelte, als sie ging, aber es war ein trauriges Lächeln. Ich dachte den Rest des Abends über sie nach. An diesem Abend kam ich zu dem Schluss, dass es für mich nichts mehr zu tun gab. Ich musste nach Hause, um ein paar Dinge zu erledigen, bevor ich hier etwas anderes tun konnte. Ich hatte keine Probleme, einen Rückflug zu finden, aber ich war mir nicht sicher, was ich tun würde, wenn ich zurückkam. Dora arbeitete am nächsten Morgen, und ich konnte einen ihrer Tische ergattern. Ich hielt sie an, als sie nach dem Mittagessen die Rechnung brachte. Ich habe ein kleines Problem und wollte fragen, ob du mir helfen kannst. Ich muss heute abreisen und werde erst in einer Woche oder so zurück sein. Ich brauche jemanden, der für mich auf das Haus aufpasst. Es handelt sich um eine Zwei-Zimmer-Wohnung, sodass sie sich keine Sorgen um einen Wohnungskonflikt machen müssen. Könnten sie mir helfen? Es wäre mindestens für ein paar Monate. Ist das ihr Ernst? Ohne Bedingungen. Ich möchte die Wohnung nicht 90% der Zeit leer stehen lassen. Sie wird ganz dir gehören, und wenn ich hier bin, werde ich mich fernhalten, versprochen. Es war mir egal, ob jemand einbricht und die ganze Wohnung ausräumt. Es gab nicht viel zu verlieren. Ich konnte Dora das nicht verstehen lassen. Okay, ist es in der Nähe des Diners. Ziemlich nah, aber ich lasse dir auch mein Auto da. Pass auf, dass es immer vollgetankt ist. Wenn ich zurückkomme, rufe ich dich vorher an. Es gibt einen Anrufbeantworter am Telefon. Dora stand nur da und sah mich an. Ich glaube, sie hatte Angst, dass es eine Falle war. Ich hatte keine Zeit, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Hier sind die Schlüssel für die Wohnung und das Auto. Das Auto ist bei der Wohnung geparkt. Es ist ein dunkelblauer Ford Focus. Hier ist die Adresse der Wohnung. Wenn Sie sich unwohl fühlen, gehen sie nicht hin. Ich werde die Schlüssel abholen, wenn ich nächsten Freitag zurückkomme. Ich schrieb die Adresse auf eine Serviette und reichte sie ihr. Sie nahm die Serviette und die Schlüssel und sah mich nur an. Dora, mach dir keine Gedanken darüber. Wenn du dich entscheidest, es zu tun, ist das gut. Wenn du es nicht tust, ist das auch gut. Eine Stunde später saß ich in meinem Flieger nach Hause. Ich würde lieber in Reno bleiben. Nachdem ich mein Auto auf dem Langzeitparkplatz abgeholt hatte, fuhr ich am Haus vorbei. Sandras Auto war nicht da, also beschloss ich, ein paar Sachen für den Rest der Woche zu besorgen. Ich lud das Auto mit Unterwäsche, Kleidung, Schuhen und meinem Laptop voll. Es dauerte weniger als zehn Minuten. Ich nahm auch meinen Reisepass und meine Geburtsurkunde mit. Das Unternehmen verfügte über mehrere Wohnblocke mit einer Küche, wie vereinbart. Meine Position erlaubte es mir, einen davon nach eigenem Ermessen zu nutzen. Ich habe sie für die nächsten zwei Wochen reserviert. Ich lud den Akku meines Laptops auf und rief dann meinen ältesten Sohn Jason an. Ich teilte ihm mit, dass seine Mutter und ich familiäre Probleme hätten und ich eine Zeit lang beschäftigt sein würde. Ich bat ihn, dies seinen Schwestern zu erklären und ihnen zu sagen, sie sollten sich keine Sorgen machen. Alle drei waren in Auburn. Ich erhielt eine Gruppenermäßigung, musste aber dennoch Studiengebühren für Nicht-Einwohner zahlen. Wenigstens konnte ich es mir leisten. Ich legte auf, lud mein Handy auf und ging unter die Dusche. Das Einzige, was sie mir im Flugzeug gaben, war eine Tüte Erdnüsse. Ich freute mich auf ein gutes Abendessen. Montag war ein arbeitsreicher Tag. Bevor ich irgendetwas anderes tat, ging ich zur Bank und nahm eine zweite Hypothek auf das Haus auf, eine große Hypothek. Ich schulde jetzt mehr für das Haus, als es wert ist. Am Ende dieses Monats sollte sich das ändern. Ich wandte mich direkt von der Bank aus an Auburn und wir einigten uns darauf, die Studiengebühren für die Kinder im Voraus zu bezahlen. Die Bank überwies 240.000 Dollar direkt an die Schule. Damit blieb mir ein Barscheck über etwas mehr als 200.000 Dollar, den ich mit nach Reno nehmen konnte. Ich löste zwei CDs ein, bezahlte die Strafe und schloss das Geldmarktkonto. Ich beschloss, die Kreditkarten bis zum Ende des Monats in Ruhe zu lassen. Bis dahin war ich zu spät zur Arbeit gekommen. Meine treue Sekretärin wartete mit schwarzem Kaffee und einem dümmlichen Lächeln auf mich. Guten Morgen, MR Terrell. Werden Sie mir sagen, was am Freitag im Countryclub passiert ist, oder muss ich den Gerüchten glauben? Emily, alle Gerüchte sind wahr. Was müssen Sie noch wissen? Ohne mit der Wimper zu zucken, antwortete sie. Was kann ich für dich tun, um dir zu helfen? Geben Sie mir alle Informationen, die Sie über Todd Mitchell finden können. Ich glaube, er hat einmal hier gearbeitet, aber ich bin mir nicht sicher. Sorgen Sie dafür, dass alle meine geplanten Arbeiten von anderen Mitarbeitern erledigt werden, ohne dass diese den Grund dafür erfahren. Alle Meetings oder Termine, die ich angesetzt habe, sollten ebenfalls verschoben werden. Noch Fragen? Emily lächelte mich an und gab mir ihr Einverständnis, als sie das Büro verließ. Ursprünglich dachte ich, dass ich mehrere Wochen brauchen würde, um meine Angelegenheiten zu regeln, aber jetzt wurde mir klar, dass alles in einer Woche erledigt werden könnte. Ich habe für die nahe Zukunft einen Termin mit einem Anwalt vereinbart. Auf dem Weg nach draußen teilte ich Emily mit, dass ich keine Anrufe von meiner Frau annehmen oder beantworten würde. Der Sicherheitsdienst durfte sie nicht in das Gebäude lassen. Cherry Proctor ist seit dem College ein Freund von mir. Wir mochten uns gegenseitig, aber Cherry mochte Sandra nie. Ich beschloss, dass er die perfekte Person sein würde, um meine Scheidung abzuwickeln. Ich war am Freitag im Countryclub, Robert, und ich glaube, ich weiß, warum du hier bist. Du hast recht. Ich will ja nicht wie ein Klugscheißer klingen, Bob, aber es war an der Zeit, oder? Nochmals, ich dachte, ich könnte damit umgehen, solange ich nicht öffentlich gedemütigt werde. Das endete am Freitag. Ich brauche Zugang zu all deinen Konten und ein paar Vollmachten. Ich lasse meine Sekretärin den ganzen Papierkram vorbereiten und rufe sie dann an. Gibt es etwas Besonderes, das ich wissen sollte? Nun, Cherry, ich fürchte, das Trauma der Ereignisse vom Freitag hat etwas in mir ausgelöst. Ich wurde süchtig nach dem Glücksspiel. Ich habe das Wochenende in Reno verbracht und Tausende von Dollar verloren. Nächstes Wochenende fahre ich wieder dorthin und ich fürchte, es wird noch schlimmer werden. Oh, lieber Freund, das ist ja furchtbar. Ich nehme an, Sie führen überall diese Verluste Buch oder dokumentieren sie in irgendeiner Form. Cherry lächelte breit. Das habe ich und das werde ich auch. Ich denke, es wäre nett, wenn ich Ihnen Kopien von allem schicken würde. Auf jeden Fall. Weißt du, Bob, ich glaube, wir sollten nicht mehr darüber reden. Meinst du nicht auch? Du hast recht. Brauchst du sonst noch etwas? Ist schon gut, Bob. Gehen Sie raus und machen Sie sich an die Arbeit. Nehmen Sie dieses Finanzformular mit, füllen Sie es aus und bringen Sie es mit, wenn Sie morgen die Formulare unterschreiben. Ich halte dir den Rücken frei, Kumpel. Um diese Zeit bemerkte ich, dass ich das Mittagessen verpasst hatte. Emily hatte eine kurze Notiz mit Informationen über Todd Mitchell für mich vorbereitet. Sie empfahl mir, mit Wilma Grin von der Personalabteilung zu sprechen, bevor ich etwas unternehme. Wilma arbeitete schon immer in der Firma. Sie herrschte streng, aber effektiv. Sie trug immer einen Geschäftsanzug und hatte ihr Haar zu einem formellen Dutt gebunden. Ihr Selbstbewusstsein machte sie für jeden, der ihr begegnete, ein wenig einschüchternd. Wenn Emily wollte, dass ich sie treffe, musste es etwas Wichtiges sein. Guten Tag, M. R. Terrell. Bitte nehmen Sie Platz. Sie versuchte mich zu beruhigen, aber es klappte nicht. Ich fühlte mich wie eine Nonne in einem Zimmer. Ich war ein Erwachsener in einer wichtigen Position und ich hatte Ehrfurcht vor dieser Frau. Sie schloss die Tür zu ihrem Büro. Emily erzählte mir, was vor sich ging. Ich verbreite keinen Büroklatsch, aber ich befasse mich mit Fakten. Todd Mitchell kam vor drei Jahren vertrauensvoll zu mir. Ich habe geschworen, ich habe versprochen, niemandem zu erzählen, was damals besprochen wurde. Aber ich scheine dieses Versprechen nicht halten zu können. Wenn Sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt durch irgendetwas, was ich sage, beleidigt fühlen, stehen Sie bitte auf und gehen Sie und unser Gespräch ist beendet. Wenn Ihnen nicht gefällt, was Sie hören, seien Sie nicht böse auf mich. Ich werde Ihnen nur die Fakten nennen. Haben Sie das verstanden, M. R. Terrell? Ja, ich verstehe. Ich denke, ich bin alt genug, um zu akzeptieren, was Sie mir sagen, ohne einen Anfall zu bekommen. Sie runzelte ein wenig die Stirn über meinen Versuch, einen Witz zu machen. Vor etwa drei Jahren hat ihre Frau Sandra Todd Mitchell bei einer Firmenveranstaltung angesprochen. An diesem Abend wurde viel getrunken und am Ende des Abends hatten Todd und Sandras Ex in einem der Privatbüros. Todd wollte im nächsten Monat heiraten. Sandra drohte ihm, es seiner Verlobten zu sagen, wenn er sich nicht weiterhin mit ihr zum Sex treffen würde. Er hoffte, dass sie ihn nach der Hochzeit in Ruhe lassen würde, aber das geschah nicht. Sie zwang ihn mehrere Monate lang zum Sex mit ihr und drohte, sie zu entlarven. In seiner Verzweiflung kam er zu mir und bat um Hilfe. Natürlich musste er mir die ganze Geschichte erzählen. Natürlich konnte ich sie weder Ihnen noch sonst jemandem mit gutem Gewissen erzählen. Die beste Lösung, die ich hatte, war, Todd in ein anderes Büro zu versetzen. Nachdem er nach Dallas umgezogen war, ließ Sandra ihn in Ruhe. Todd hat seiner Frau nie etwas von diesem Problem erzählt. Irgendwelche Fragen. Es scheint, dass Herr Mitchell in dieser Farce genauso ein Opfer geworden ist wie ich. Ich dachte an irgendeine Form der Vergeltung, aber das erscheint mir jetzt ein wenig töricht. Haben Sie irgendwelche Empfehlungen? Miss Quim, jetzt, wo Sie es wissen, haben Sie die Macht. Ich denke, Sie sollten es einfach vergessen. Todd Mitchell ist ein guter Angestellter und eine wertvolle Bereicherung für das Unternehmen. Rönieren Sie ihn nicht wegen dem, was Ihre Frau getan hat. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich denke, Sie haben recht. Zum Sex mit meiner Frau gezwungen zu werden, ist Strafe genug. Als wir aufstanden, lächelte Wilma. Übrigens, das ist kein Fehler. Ich bin seit 32 Jahren verheiratet. Es war schwer, sich Wilma grimmnackt im Bett mit einem Mann vorzustellen. Aber vielleicht verwandelt sie sich in eine Art Sexköttin, wenn sie ihr Haar herunterlässt. Ich beschloss, in Gedanken das Thema zu wechseln. Ich hatte neben Wilmas Liebesleben noch eine Menge anderer Dinge, über die ich mir Sorgen machen musste. Emily wies mir die ganze Arbeit neu zu, und ich hatte eine weiße Weste. Meine Frau rief dreimal an und wollte nicht glauben, dass ich in Baltimore war, wie Emily gesagt hatte. Emily arrangierte für den nächsten Tag ein Treffen mit dem Präsidenten des Unternehmens und für den Nachmittag eines mit der Rechtsabteilung. Ich bat Emily, mit mir zu Abend zu essen. Sie lachte und sagte, dass ihr Mann dagegen sei. Sie schlug vor, dass ich Wilma einladen sollte, und lachte wieder. Der Besuch in der Rechtsabteilung dauerte länger, als ich erwartet hatte, und ich hielt mehrere Leute nach der Geschäftszeit auf. Ich entschuldigte mich, aber alle schienen Verständnis zu haben. Es stellte sich heraus, dass die Auszahlung meiner Altersvorsorge schwieriger war, als ich dachte. Die Auflösung des 401k und des gemeinsamen Sparkontos verlief reibungslos, brauchte aber Zeit. Die Auszahlung meiner Krankheitszeiten, meines Urlaubs und meiner betrieblichen Versicherung war einfacher als die meisten anderen Dinge. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass ich das Unternehmen verlassen würde. Ich hoffte, meine Frau würde es nicht erfahren, bevor ich fertig war. Zum Abendessen wurde ich allein gelassen. Aus irgendeinem Grund musste ich beim Essen an Dora denken. Ich frage mich, ob sie in eine Wohnung gezogen ist, ob sie immer noch Doppelschichten arbeitet. Obwohl ich sie erst vor ein paar Tagen kennengelernt hatte, wollte ich unbedingt zurück nach Reno und sie sehen. Es kam mir ein wenig kindisch vor, und ich versuchte, es zu verdrängen. Es war dumm, Zeit mit Fantasien zu verschwenden, die nie in Erfüllung gehen würden. Am nächsten Morgen löste ich zwei Lebensversicherungen ein und kündigte zwei Risikopolisen. Ich war erstaunt über den Barwert, den Lebensversicherungen haben. Die Schecks konnten am nächsten Morgen abgeholt werden. Mein Auto war bei der Gesellschaft versichert, aber die Versicherung für Sandras Lexus habe ich gekündigt. Er lief zwar auf ihren Namen, aber die Versicherung lief auf meinen. Bevor ich zur Arbeit ging, schaute ich noch in Cherries Büro vorbei, hinterließ ein Finanzformular und unterschrieb eine Reihe von Dokumenten, die seine Sekretärin vorbereitet hatte. Emily wartete bereits mit Kaffee auf mich, als ich ins Büro zurückkehrte. Es steht mir nicht zu, Höhle ins Feuer zu gießen, Chef, aber sie müssen mit Calvin Bostig von der Abrechnungsabteilung sprechen, bevor sie Richard sehen. Richard Rüder war der Präsident des Unternehmens. Ich war mir ziemlich sicher, dass er bereits wusste, worüber ich mit ihm sprechen wollte. Die Abrechnungsabteilung befand sich tatsächlich im Keller. Um genau zu sein, weiß ich nicht, warum alle anderen Fenster und Sonnenlicht haben und sie einen Kerker. Calvin, Emily sagte, du wolltest mit mir reden. Calvin Bostig war ein ruhiger Typ, der seine Arbeit immer erledigte. Er war ein schnerkelloser Mann, langweilig, aber effizient. Er führte mich in eine abgelegene Ecke. Ich habe gehört, dass die Dinge im Büro nicht zu ihren Gunsten laufen. Ich bin kein Freund von Klatsch und Gerüchten, aber ich dachte, sie sollten es wissen. Vor etwa sechs Jahren hatten wir in unserem Büro einen Mann namens Remo und Abreit. Er war ein normaler Mann, verheiratet und hatte zwei Kinder. Nach einer der Büropartys begann er eine Beziehung mit ihrer Frau. Sie rief ihn ständig zu Hause und hier im Büro an. Er wusste, dass er einen Fehler gemacht hatte und wollte die Beziehung beenden, aber sie ließ ihn nicht. Sie drohte ihm, es seiner Frau zu sagen, wenn er versuchen würde, sie zu verlassen. Der Nah nahm ihre Drohung für bare Münze. Zwei Tage später warf Rehs Frau ihn raus. Er begann zu trinken und verlor schließlich seinen Job. Jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Egal, was Rehs Frau drohte, über die Affäre ihrer Frau zu erzählen. Soweit ich weiß, hat ihre Frau ihr 10.000 Dollar gezahlt, damit sie schweigt. Für den letzten Teil habe ich keine Beweise. Danke, Karl. Ich frage mich, ob noch jemand eine gute Nachricht für mich hat. Ich wollte sie nicht verärgern, MR Terrell, aber Emilie meinte, ich sollte es ihnen sagen. Sie haben das Richtige getan. Ich weiß es zu schätzen. Ich ging direkt in den neunten Stock. Ich war ein wenig zu früh für mein Treffen mit MR Rüder, aber er empfinde mich sofort. Das Gespräch war kurz und bündig. Die Rechtsabteilung, die Personalabteilung und die Lohnbuchhaltung werden sich um alles für mich kümmern. Wenn sich der Rauch lichtet, muss ich ihn persönlich anrufen, egal wo ich bin. Er gab mir eine Karte mit seiner persönlichen Handynummer auf der Rückseite. Es gab keine Versprechen, kein Bedauern, keine leeren Worte. Obwohl die Fälle einerseits erledigt waren, blieben sie andererseits offen. Ich nickte ihm zur Begrüßung zu und ging. Ich habe kein Wort gesagt. Emily lächelte, als ich ins Büro zurückkehrte. Sie reichte mir eine normale Tasse Kaffee. Ich lächelte zurück und sagte, buchen Sie mir für Donnerstagmorgen einen Flug nach Reno mit einer zweistündigen Zwischenlandung in Dallas. Sie winkte mir mit dem Kopf, aus dem Fenster zu schauen. Sandra stritt sich mit dem Sicherheitsbeamten auf dem Parkplatz. Sie ist schon seit über 20 Minuten da drin. Man ließ sie nicht rein und sie wollte nicht gehen. Was wollen Sie tun, Boss? Die Wachen scheinen alles unter Kontrolle zu haben. Das einzige Problem, das ich habe, ist, jemanden zum Abendessen zu finden. Ich esse nicht gern allein. Ich habe Sherry angerufen, um zu sehen, wie es läuft. Er sagte, ihr könne nichts tun, bis sich das finanzielle Chaos beseitigt hätte. Ich musste ihm zeigen, dass ich kein Geld mehr hatte. Mit den Schecks, die ich hatte, den fälligen Schecks, dem Bargeld und der Bank war ich ein reicher Mann. Ich versprach, früh nach Reno zu fahren und erst zurückzukehren, wenn ich mittelos war. Manchmal schaute jemand zur Tür herein und sagte mir, dass meine Frau wollte, dass ich sie anrief. Sie brachte alle ihre Freundinnen dazu, ihre Ehemänner bei der Arbeit anzurufen, um mich zu finden. Ich verbrachte noch ein paar Stunden im Büro, um die Dinge zu ordnen und meinem Nachfolger die Arbeit zu erleichtern. Sandra saß auf der Motorhaube meines Autos und wartete darauf, dass ich ausstieg. Emily lächelte und reichte mir die Schlüssel zu ihrem Honda Civic. Sie sagte, es sei eine gute Ausrede für ihren Mann, sie abzuholen und zum Essen auszuführen. Übrigens, du hast doch nicht vor, in Dallas eine Dummheit zu begehen, oder? Nein, ich erledige nur ein paar unerledigte Dinge. Keine Vergeltung versprochen. Ich bin nach Allentown gefahren und habe im Outback gegessen. Vor Mitternacht war ich wieder in meiner Wohnung. Am nächsten Morgen ging alles ganz schnell. Ich unterschrieb weitere Papiere für Cherry, löste alle Bankkonten auf und sperrte alle Kreditkarten. Ich veranlasste sogar, dass alle Versorgungseinrichtungen im Haus für die nächste Woche abgestellt wurden. Ich sammelte Schecks von der Bank, der Versicherung und der Arbeit ein. Mir war gar nicht bewusst, wie viel Geld ich hatte. Ich kaufte ein neues Handy und kündigte die Handys, die Sandra und ich benutzt hatten. Ich verkaufte meine Mitgliedschaft im Countryclub für 223.000 Dollar an einen alten Freund. Mein Nachfolger war schon da, als ich zum letzten Mal zur Arbeit ging. Er schien ein netter Kerl zu sein. Er kam mit 24 Stunden Vorlaufzeit aus Boston. Er wusste, dass dies ein guter Schritt für ihn war. Emily wusste mehr über Büroarbeit als ich, sodass ich ihn nicht einarbeiten musste. Es gab Dinge im Haus, die ich mitnehmen wollte, aber sie waren nicht wichtig genug, als dass ich sie hätte abholen müssen. Emily sagte mir, ich solle ihr Auto stehen lassen und ihr Mann würde sie am Flughafen abholen. Ich musste ein paar billige Koffer kaufen, um meine Habseligkeiten aus der Wohnung zu verstauen. Alles, was ich vergessen hatte, konnte ich in Reno kaufen. Plötzlich wurde mir klar, dass ich alles getan hatte, was ich konnte. Mein gesamtes Vermögen bestand jetzt aus Bargeld. Es gab keine Aktien, keine Rechnungen und nichts anderes von wert, außer dem Haus, das ich meiner Frau vermacht hatte. Er blu war sehr hilfsbereit. Sie hatten freie Plätze und waren mehr als bereit, meinen Flug zu verlegen. Ich rief Jerry zu Hause an. Hey Kumpel, ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich heute Abend abreise. Ich nehme an, du hast alles, was du brauchst. Ja, Bob, mir geht es gut. Ich könnte morgen mit dem Papierkram anfangen, aber ich brauche die finanziellen Informationen so schnell wie möglich. Sie können mir den Nachweis der Zahlungsunfähigkeit so bald wie möglich zu kommen lassen. Seien Sie vorsichtig, Bob. Ich möchte nicht, dass wir beide in Schwierigkeiten geraten. Ich bin sicher, dass Sandra sich einen guten Anwalt suchen wird, wahrscheinlich aus Philadelphia. Natürlich wird er für einen bestimmten Prozentsatz arbeiten und sie vielleicht im Stich lassen, sobald der Fall schief geht. Also hängt jetzt alles von dir ab, Jerry. Tun Sie ihr Bestes für mich, aber blähen Sie die Rechnung nicht zu sehr auf. Ich bin im Begriff, ein sehr armer Mann zu werden. Vergiss nicht, Remo und Abreit zu finden. Er könnte Hilfe gebrauchen. Je nach den Umständen kann ich ihm vielleicht helfen. Verstanden, Bobby. Ich wünsche dir einen guten Flug und bleib in Kontakt. Ich rief in der Wohnung an und hinterließ eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, dass ich später am Abend ankommen würde. Ich sagte ihr, ich würde anrufen und wollte nicht, dass sie sich erschreckt, wenn sie jemanden an der Tür hört. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, ob sie da sein würde oder nicht. Ich konnte es nur hoffen. Es war seltsam, dass ich diese Frau nicht einmal kannte, aber ich hoffte auf eine Art von Beziehung zu ihr. Zu diesem Zeitpunkt wäre sogar Freundschaft schön gewesen. Ihre Situation machte sie verletzlich und ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich das ausnutzen würde. Ich kam früh genug in Dallas an, um in Ruhe zum Mittag zu essen. Ich wartete im Büro von Todd Mitchell, als ihr eintraf. Ich konnte sehen, dass er nicht froh war, mich zu sehen. Im RTRL, ich würde gerne sagen, dass ich mich freue, sie zu sehen, aber das wäre nicht wahr. Ich glaube, wir wissen beide, warum. Entspann dich, Todd. Ich hoffe, es ist ihnen nicht unangenehm, wenn ich ein wenig vertraut bin. Ich bin nicht gekommen, um dir Ärger zu machen. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich die Situation, in der du dich vor einiger Zeit befunden hast, verstehe und dass ich dir nichts vorzuwerfen habe. Das hätten sie auch am Telefon tun können. Ich weiß, aber es lag auf dem Weg und ich dachte, es wäre meine Zeit wert, die Dinge zu klären. Ich verstehe das nicht. Warum willst du das tun? Ich bin derjenige, der sich bei dir für das, was passiert ist, entschuldigen sollte. Du hast nichts falsch gemacht. Ich war jung und dumm und habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich schäme mich immer noch, darüber zu sprechen. Das zu meiner Frau. Du warst teilweise schuld an dem, was passiert ist, Todd, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Probleme von meiner Frau verursacht wurden. Was sie getan hat, hat Probleme für dich geschaffen und jetzt für mich. Ich sage nicht, dass du völlig unschuldig warst, aber es ist nicht allein deine Schuld. Ich möchte nicht, dass du mehr Schuld als nötig trägst, weil meine liebende Frau unvorsichtig war. Es ist sehr edel von dir, das zu sagen. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen oder tun soll. Ich reichte ihm Cherries Visitenkarte. Rufen Sie meinen Anwalt heute noch an. Vielleicht bittet er sie, etwas für mich zu tun. Es wird sehr diskret sein. Vielleicht sagt ihr, dass ihr im Moment nichts braucht. Zumindest erwarte ich, dass ihr um eine beglaubigte Erklärung bittet, die den Betrug bestätigt. Ich verspreche ihnen, dass ihre Frau davon nichts erfahren wird. Ich stand auf und wir schüttelten uns die Hände. Es war seltsam, wenn man bedenkt, dass diese Person einer derjenigen war, die mich betrogen hatten, aber ich hielt es für angemessen. Todd Mitchell war ein guter Mensch und hatte es nicht verdient, dass sein Leben wegen eines einzigen Fehlers ruiniert wurde, auch wenn er sich mehrmals wiederholte. Eine Stunde später saß ich wieder im Flieger nach Reno. Ich versuchte herauszufinden, was ich falsch gemacht hatte. Ich habe hart gearbeitet, um meine Frau und meine Kinder mit allem zu versorgen, was sie sich wünschen oder brauchen. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Es scheint, dass ich meine Frau vernachlässigt habe, während ich dafür gesorgt habe, dass für alle gesorgt ist. Wenn wir mit solchen Problemen konfrontiert werden, versuchen wir alle zu verstehen, warum das passiert ist. In meinem Fall komme ich in der Regel zu dem Schluss, dass ich bis zu einem gewissen Grad selbst schuld bin. Das kann ich akzeptieren, aber wenn sich der Kreis schließt, bin ich gezwungen, mich mit Sandras Versuchen auseinanderzusetzen, mich zu betrügen. Das kann ich weder akzeptieren noch gutheißen. Wenn sie vorsichtig gewesen wäre, hätte ich es vielleicht auf sich beruhen lassen und mir für immer die Schuld geben können, aber sie war nicht vorsichtig und ich werde mir nicht die Schuld geben. Der Abend endete mit einem Höhepunkt, als ich auf dem Renaud Tahu Airport landete. Ich war angenehm überrascht, Dora bei der Gepäckausgabe zu sehen. Sie trug Jeans und ein hellblaues Oxford-Hemd. Es war das erste Mal, dass ich sie in etwas anderem als ihrer Uniform gesehen hatte. Ich hatte nicht geplant, dass sie mich trifft, als ich anrief. Ich wollte sie nur wissen lassen, dass ich ankomme. Guten Abend, Dora. Ich habe nicht erwartet, dich zu sehen. Ich dachte mir, da ich dein Auto genommen habe, ist das das Mindeste, was ich tun kann. Du arbeitest heute nicht. Nein, ich konnte meine Arbeitszeit dank deines großzügigen Angebots reduzieren. Oh, ich war nicht großzügig. Ich habe nur versucht, einen Weg zu finden, wie ich mit dir allein sein kann. Und was wirst du mit mir machen, wenn du mit mir allein bist? Das habe ich noch nicht durchdacht. Irgendwelche Vorschläge. Als ich meine Taschen vom Gürtel nahm, bemerkte ich, wie Dora ein wenig errötete. Ich beschloss, dass es an der Zeit war, mich zurückzuziehen, bevor ich sie verschreckte. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich ein wenig anstachelte, als sie die Frage stellte, was ein gutes Zeichen war. 30 Minuten später kehrten wir in die frisch renovierte Wohnung zurück. Es handelte sich um Kleinigkeiten, die nicht viel kosteten, aber das Ambiente der ganzen Wohnung aufwerteten. Als Dankeschön dafür, dass sie die Wohnung dekoriert und mich vom Flughafen abgeholt hatte, arrangierte ich ein Abendessen für zwei Personen mit einem Prime-Riet-Hauptgericht. Ich glaube, Dora hat der Wein besser geschmeckt als das Fleisch. Wie läuft's mit deiner Scheidung? Nicht gut. Ich habe noch drei Wochen Zeit, bevor ich mich bewerben kann. Man braucht anscheinend sechs Wochen, um einen Wohnsitz zu begründen. Ich dachte, es wäre einfacher. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich es von zu Hause aus mache. Warum hast du es nicht getan? Dora schwieg eine Weile. Sie spielte mit ihrem Essen und sah dann auf. Toni zu verlassen war wichtiger als eine Scheidung. Eine Scheidung ist nur ein Stück Papier. Sie wird mich nicht vor weiteren Schlägen schützen. Ich glaube, ich habe den Gedanken an eine Scheidung benutzt, um mich zu rechtfertigen, hierher zu kommen. Es war egal, wohin ich ging. Die Hauptsache war, dass ich ganz weg war. Was Dora sagte, machte für mich Sinn. Ich glaube, am Anfang schien die Scheidung von Sandra wichtig zu sein, aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Alles, was ich wirklich wollte, war zu verhindern, dass sie unsere Ehe ausnutzte. Wenn ich nicht vorhatte, wieder zu heiraten, spielte das keine Rolle. Ich hatte keine solchen Absichten. Wir verbrachten den Rest des Abends, damit uns über prosaischere Dinge wie Hobbys, Filme und Bücher zu unterhalten. Dora hatte keine Kinder. Ich habe nicht gefragt, warum. Wir schliefen in dieser Nacht in getrennten Schlafzimmern. Dora ging zur Arbeit, bevor ich überhaupt aufwachte. Das Einzige, was ich brauchte, war frischer Kaffee. Ich war immer noch satt von dem gestrigen Festmahl. Nach einer schnellen Dusche machte ich mich an die Arbeit. Cherry, wie geht es meinem Lieblingsanwalt? Am anderen Ende der Leitung war ein Seufzer zu hören. Nicht sehr gut, Robert. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Versprichst du, dass du den Boten nicht erschießt? Oh, verdammt! Ich war nur einen Tag lang nicht in der Stadt. Was zum Teufel ist passiert? Sandra hat eine große Sache daraus gemacht. Sie hat etwas über Bankkonten und so herausgefunden. Nachdem sie die Polizei gerufen hat, hat sie eine einstweilige Verfügung gegen alles erwirkt. Alle deine Konten sind eingefroren, auch wenn sie leer sind. Du darfst dich weder ihr noch dem Haus nähern. Du darfst nichts von zu Hause mitnehmen. Du darfst keinen Kontakt zu deinen Kindern haben, auch wenn sie schon erwachsen sind. Das meiste davon ist Unsinn, aber wenn sie das alles in Ordnung bringen wollen, wird es viel Zeit und Geld kosten. Sie hat sich mit der Bersenaufsichtsbehörde wegen ihrer 401k und Rentenkonten in Verbindung gesetzt. Irgendwie hat sie das Finanzamt auf ihre Seite gezogen. Jerry, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin raus aus dem Spiel. Verstehst du das? Ich war ein wenig verblüfft. Ich nehme an, sie meinen, dass sie meine Scheidungssache nicht übernehmen werden? Ganz genau, Kumpel, zu deiner Information. Sie hat auch einen Privatdetektiv engagiert, um dich aufzuspüren. Ich frage mich, wie sie das alles bezahlen will. Ich weiß es nicht und will es auch nicht wissen. Denk daran, wenn die Polizei oder das FBI mich fragen, wo du bist, muss ich es ihnen sagen. Ich werde nicht meine Karriere für dich riskieren, auch wenn ich dein Freund bin. Ich verstehe, Jerry. Schütze deinen Arsch. Ich werde meine Pläne ein wenig ändern. Ich werde dich eine Weile nicht anrufen. Danke für dein Verständnis, Kumpel. Ich hatte gehofft, dass du so reagieren würdest. Man sieht sich. Nun, die Dinge sind nicht so gelaufen wie geplant. Die besten Pläne können sich über Nacht in Luft auflösen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mehrere Möglichkeiten. Eine davon war, mit dem Bus nach Cason City zu fahren und dein Geld abzuholen. Ich entschied mich dagegen, weil mir zu heiß war. Ja, heiß ist ein gutes Wort. Ich wollte nur von meiner betrügerischen Frau weg. Was ist denn passiert? Da ich beschlossen hatte, das Geld eine Weile ruhen zu lassen, musste ich einen Ort finden, an dem ich mich verstecken konnte. Ich hatte immer noch über 4000 Dollar in meiner Tasche. Das hätte für eine Weile ausreichen müssen. Warum wollte meine Frau mich umbringen? Ich schätze, sie wusste nicht, dass es keine Lebensversicherung mehr gab. Ich dachte, sie sei schlauer. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich nahm den Bus nach San Francisco. Mit 4000 Dollar kommt man in der Stadt an der Bucht nicht weit. Mit den ersten 1000 Dollar besorgte ich mir eine Sozialversicherungsnummer und einen Ausweis, damit ich wenigstens einen Job bekommen konnte. Ich fand ein Zimmer mit Bad am Ende des Flurs und einen Job als Kellner in einem unscheinbaren Restaurant. Etwa einen Monat später verdiente ich genug, um mich selbst zu versorgen und wurde ein ziemlich guter Kellner. Einige Kunden begannen sogar, nach meinen Tischen zu fragen. Für mein Handy habe ich schon lange nichts mehr bezahlt und der Dienst wurde eingestellt. Ich habe es nicht mehr benutzt, seit ich Reno verlassen habe. Es hat mich nur ein paar Dollar gekostet, den neuen Pripet-Service zu bekommen und etwa 50 Minuten Gesprächszeit. Ich wollte Dora anrufen, aber ich wusste nicht, wo sie war und wie ich sie erreichen konnte. Ich beschloss, Cherry anzurufen. Hey, Kumpel, hier ist Robert. Ich wollte nur ein Update von dir. Bobby, Bobby, schön von dir zu hören. Ich bin immer noch verwirrt, aber nicht so verwirrt, wie du denkst. Wo bist du jetzt? Es geht dich nichts an, wo ich bin. Als ich das letzte Mal mit dir gesprochen habe, war ich von allen Seiten mit Problemen überhäuft. Bin ich immer noch ein gesuchter Mann? Nun, das meiste von diesem Unsinn ist verschwunden, vor allem seit Sandra verhaftet wurde. Soweit ich weiß, sucht das Finanzamt immer noch nach irgendeiner Art von Zahlung für die 401k-Konten. Aber die meisten Probleme sind verschwunden. Was soll das heißen? Sandra ist verhaftet. Ich dachte, gerade du würdest das wissen. Hast du schon mal von einem Typen namens Lester Lazlo gehört? Ja, ich habe ihn einmal kurz getroffen, vor etwa drei Monaten. Er hat versucht, mich zu töten, als wir von ein paar anderen Typen unterbrochen wurden, die ebenfalls auf der Suche nach mir waren. Während sie sich darüber stritten, wer von ihnen mich kriegen würde, schlich ich mich durch die Hintertür hinaus. Was hat er damit zu tun? Sandra hat Lazlo angeheuert, um dich zu töten. Lazlo wurde in Reno schwer verwundet und hat sich der Polizei gestellt. Er behauptete, Sandra wolle ihn um 10.000 Dollar für einen Auftrag betrügen, also hat er sie angezeigt. Ob sie es glauben oder nicht, die Polizei glaubte ihm und klagte sie an. Jerry, ich würde ihr gerne helfen, wenn sie nicht versucht hätte, mich zu töten. Ich denke, ihre Eltern könnten ihr bei der Kaution helfen, aber ich werde es bestimmt nicht tun. Bobby, niemand ist im Moment besonders an dir interessiert. Willst du, dass ich die Scheidung erneut einreiche? Dieses Mal haben wir einen guten Grund. Vielleicht wäre eine Scheidung schön, aber das interessiert mich nicht mehr. Ich denke, es würde die Dinge sauberer machen. Ich habe alle früheren Dokumente aufbewahrt. Ich glaube, ich kann die meisten davon noch gebrauchen. Ach ja, ich vergaß ihnen zu sagen, dass ihre Kinder nach Hause kamen, als Sandra in Schwierigkeiten geriet. Sie waren zuerst besorgt, haben aber schnell das Interesse verloren, als sie die Fakten erfuhren. Sie wollen, dass du sie anrufst und sie wissen lässt, dass es dir gut geht. Ich rufe sie an, sobald ich kann. Wie ist dein Geldwäscheschema gelaufen? Überhaupt nicht. Ich habe die Kontrolle verloren und den Kontakt abgebrochen. Ich werde versuchen, das nächste Woche zu überprüfen. Cherry, manchmal funktionieren auch die besten Pläne der Welt einfach nicht. Okay, bleib in Kontakt, Kumpel. Eine Sache noch, Cherry, hat Sandra jemals gesagt, warum sie mich umbringen wollte. Nicht, dass ich wüsste. Ich nahm an, es war wegen der Versicherung, von der sie nichts wusste und die du gekündigt hast. Ich habe die Kinder kontaktiert und alles war in Ordnung. Sie fühlten sich besser, weil sie wussten, dass das Schulgeld im Voraus bezahlt war. Sie wollten wissen, was zwischen Sandra und mir vorgefallen ist, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, es ihnen zu sagen. Manche Dinge müssen eben auf später verschoben werden. Ich lieh mir ein Auto und fuhr nach Cason City. Das Schließfach war leer. Wenigstens hätte sie einen Zettel hinterlassen können. Ich konnte mich nicht beschweren, denn ich hatte ihr den Schlüssel und den Zugang zu dem Schließfach gegeben. Ist sie nach Guadalajara gegangen oder hat sie einen Ort gefunden, an dem ich sie nicht finden konnte? Die einzige Möglichkeit, das herauszufinden, ist, es selbst zu überprüfen. In meiner Gegend von San Francisco gab es mehrere kleine Reisebüros, von denen die meisten auf Gruppenreisen für kompatible Menschen spezialisiert waren, zu denen ich eindeutig nicht gehörte. Schließlich fand ich eine Last-Minute-Reise in meine mexikanische Lieblingsstadt, für die ich mich anmelden konnte. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Geld für etwas aufbringen musste. Die Reise war gar nicht so teuer, ich hatte nur nicht viel Geld zur Verfügung. Ich hatte Glück, denn einige der Teilnehmer der Reise arbeiteten mit mir im Restaurant. Die meisten von ihnen hatten sich für zusätzliche Ausflüge angemeldet, aber ich hatte andere Pläne. Die ersten beiden Tage waren eine große Enttäuschung. Der Libertatmarkt war größer, als ich es mir vorgestellt hatte. Mir wurde klar, dass dies eine schlechte Entscheidung meinerseits war. Ich hasste den Gedanken, dass Dora vielleicht beschlossen hatte, mein Geld zu nehmen und an einen exotischeren Ort zu gehen. Vielleicht war sie in Bangkok oder Talithi. Gott weiß, wie viel Geld in dem Schließfach war, um dort zu leben, wo sie wollte. Ich wusste nicht, ob ich sitzen bleiben und warten sollte, bis sie vorbeikam, oder ob ich sie suchen sollte. Am Ende tat ich beides. Am dritten Tag wurde es langweilig. Schließlich. Robert, wo warst du die ganze Zeit? Ich drehte mich um und sah Dora mit den Händen in den Hüften stehen. Sie trug einen breitkrempigen Strohhut mit einer roten Schleife. Sah etwas. Verdammt nochmal. Ich bin fast verrückt geworden, weil ich nicht wusste, ob du noch lebst oder nicht. Ich sagte nichts. Ich ging auf sie zu und küsste sie zum ersten Mal. Ich weiß nicht, warum ich das nicht schon früher getan habe, aber ich war froh, dass ich es jetzt getan habe. Das ist eine ziemlich schwache Erklärung. Vielleicht könntest du es noch einmal versuchen. Auf den zweiten Kuss folgte eine dicke Umarmung, als ich sie vom Boden aufhob. Dora, ich habe dich so sehr vermisst. Du musst mir immer noch sagen, wo du im letzten Monat gewesen bist, aber ich kann bis zum Abendessen warten. Lass uns nach Hause gehen und zu Abend essen. Wir gingen händchenhaltend durch den Markt. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte ich mich glücklich und zufrieden. Robert, sei mir nicht böse, aber ich habe etwas von deinem Geld ausgegeben. Das meiste habe ich auf die Bank gebracht, aber ich brauchte einen Platz zum Leben, also habe ich uns ein Haus gekauft. Ich habe gehofft, dass es keine Last für dich sein würde, weil du eine Menge Geld auf der Bank hast. Es war wunderschön. Dieses Anwesen liegt in einer wunderschönen Stadt und ich war mit einer wunderbaren Frau zusammen. Ich mag es, wenn Pläne in Erfüllung gehen. Sandras Eltern waren in der Lage, die Kaution für sie zu stellen und die Anwälte zu bezahlen. Sherry hatte keine Probleme, ihre Unterschrift unter die Scheidungspapiere zu bekommen. Am Ende bekam sie fünf bis acht Jahre für den Versuch, mich zu tüten. Es wurde nie klar, warum Todd mit Sherry seine Zeugenaussage gab, aber Sherry musste sie nie bemutzen. Sherry gelang es, Ray abbreit zu finden. Er war nüchtern, aber nicht in der besten Position. Als Sherry ihn fragte, wie er helfen könne, sagte Ray, er hätte gerne einen Hotdog-Wagen. Nachdem ich 2400 Dollar ausgegeben hatte, fühlte ich mich besser. Ich habe mich mit dem Finanzamt auf 4000 Dollar geeinigt. Lazlo ist mit Doras Mann und seinen Brüdern im Gefängnis in Nevada. Wir wissen nicht, wie lange sie dort bleiben werden und wir wollen es auch gar nicht wissen. Jetzt war ich frei und konnte nach Hause zurückkehren. Mein alter Job, jetzt mit einer Beförderung, wartete auf mich. Das Gesetz suchte nicht mehr nach mir. Sobald Doras mexikanische Scheidung abgeschlossen ist, wollen wir heiraten. Die Kinder werden in den Frühlingsferien zur Hochzeit kommen. Das Haus in Guadalajara ist wunderschön, aber wir sind sicher, dass wir dort nicht dauerhaft bleiben werden. Dora möchte es als Ferienhaus behalten. Emily freut sich auf meine Rückkehr zur Arbeit, vor allem auf meine neue Stelle. Auch für sie ist es eine Beförderung. Dora ist bereit, mit mir überall hinzugehen, solange wir zusammen sind. Sie möchte, dass ich sie mitnehme, um Sandra zu treffen. Das wird interessant werden. Meine Pläne sind nicht so aufgegangen, wie ich es erwartet hatte, aber wer bin ich, dass ich mich beschwere?